Hey und herzlich willkommen bei der Redaktion Holtex. Ich bin der Professor und der Bullige, der ist zu faul zum Arbeiten, hat sich irgendwo versteckt. Deswegen mache ich das Video heute alleine. Heute sind wir bei einer neuen, coolen Location und wir zeigen euch diese beiden kleinen Lagerhäuser. Hey, wer ist denn da? Ah, hi! Ist es schon wieder Sonntag? Müssen wir schon wieder arbeiten? Es ist Samstag. Das Video muss aber Sonntag hochgeladen werden. Ja, komm. Warum zeigen wir euch heute nur ein kleines Lagerhäuser? Was ist der Grund? Wir arbeiten im Moment an einem Großprojekt. Ja, so viel sei gesagt. Es dauert alles so ein bisschen, es zögert sich so ein bisschen heraus, aber das wollten wir euch schon mal zeigen. Genau, also wir haben was Fettes geplant und das hier ist ein Teil davon. Das können wir schon mal sehen, so ein paar Häuser da und diese kleinen Lagerhäuser. Die zeigen wir euch jetzt. Seid gespannt auf die folgenden Videos. Das wird der Hammer, das Großprojekt. Also da bin ich echt begeistert. Das ist schon ganz schön Traffic hier. Ja, das Innere vom Lagerhaus ist nichts Besonderes. Viele Kisten, alles hochgestapelt. Hier ist so ein, nicht Kutsche, eine Schubkarre ist das. Ein Trichtermobil. Ein Trichtermobil ist das. Genau. Okay. Interessant. Ja, und hier ist das auch, hier ist so ein Strommobil, ne? Ein Strommobil, ja. Strommobil. Ja. Also, das vordere besteht aus Stein und Leben und da müsst ihr mal sagen, wie gefällt euch diese Art und Weise zu bauen hier? Wir haben einmal Schnee und einmal Wolle gemischt mit Cobblestone. Sieht doch sehr interessant aus, oder? Naja. Ja, das könnt ihr euch jetzt selbst beantworten. Also, mir gefällt's. Am besten, am besten beantwortet ihr das unten in der Kommentarbox, ne? Ja, und die Seiten. Boah, ich brauche eine Seite, wo man es sehen kann. Hier sind überall traurige Kisten vor. Die Seiten bestehen halt zum größten Teil hier aus solchen Stufen und Halbplatten. Ja. Ich weiß, das ist ein bisschen wenig für ein Video, aber es geht hier auch mehr darum, dass das so ein kleiner Spoiler sein sollte für das, was wir geplant haben. Was ein richtig dicker Scheiß wird. Richtig dicker Scheiß wird das, ja. Es wird richtig episch. Mindestens 150 Kilo. Naja, das wird doch in Skuril oder Skurix oder so gemessen, oder? Dicker Scheiß? Ja, keine Ahnung. Skurix. Keine Ahnung. Einheit für Kacke. Ja, was weiß ich. Das ist also gut, ne? Merkt man, dass wir das Video ein bisschen in die Länge ziehen? Nein. Ach, wir sind krass. Na gut, okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, euch hat das gefallen, auch was ihr hier so sehen konntet. Und seid gespannt auf das, was kommt. Und, äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Und bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.